Herzlich Willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. In Hebräer 2, Vers 18 steht ein wunderbarer Vers. Und da heißt es, denn weil er selbst gelitten hat und denselben Versuchungen ausgesetzt war wie wir Menschen, kann er uns in allen Versuchungen helfen. Und hier ist von Jesus die Rede. Und weil er selber alles mitgemacht hat, kann er dich sehr gut verstehen. Und er hilft dir und er ist dein Tröster und dein Helfer und derjenige, der dich versteht. Ja, heute wieder Hoffnung um 12. Wir wollen dich ermutigen. Setze deine Hoffnung auf den Herrn. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet-admissionswerk.de, im Chat oder heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Setze deine Hoffnung auf den Herrn. Wir lesen Jesaja 40, Vers 31. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Das ist doch ein wunderbarer, erfrischender Vers. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen. Nicht automatisch. Es heißt nicht, alle, die Christ sind oder alle, die gute Christen sind oder alle, die das und jenes machen, lange beten und so weiter. Nein. Alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Und ich glaube, diese Erfrischung aus dem Wort brauchen wir für diese Tage, in denen wir leben. Wir alle sind so oft erschöpft, müde von all dem, was auf uns reinbrasselt und all das, was wir tun müssen. Und da ist das eine Erfrischung. Es ist auch so viel Hoffnungslosigkeit unterwegs. Aber es heißt, setze all deine Hoffnung auf den Herrn. Er wird dich erquicken. Und ich danke dir, Herr. Herr, dass du uns so richtig frisch und stark machst und dass wir wirklich auch geistliche Schwingen bekommen, Herr, wo wir über all diese Sorgen, über die Nöte und all, über das, was uns so schwerfällt, Herr, wirklich hinweg schwingen können, Herr. Herr, danke, Herr, dass du für alles eine Lösung hast. Lass sie uns erkennen, lass sie uns leben, Herr. Ich danke dir. Amen. Amen. Und eine Frau hat folgendes Gebetsanliegen. Bitte betet für Heilung für mich. Ich habe ständig Schmerzen im Nacken- und Schulterbereich und zudem habe ich Arthrose im Knie und ein stark ausgeprägtes Lipödem. Und Jesus, ich danke dir für diese Frau, dass du in ihr die Schmerzen wegnimmst. Danke, Jesus, dass die Knochen wieder heil sind, dass du sie durchströmst mit deiner Heilungskraft und dass sie wirklich deine Hilfe erfahren darf. Auch dieses Lipödem. Danke, Jesus, du hast alles ans Kreuz genommen. Und ich danke dir für Veränderung in ihrem Leib, für völlige Gesundheit, so wie du sie geschaffen hast. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und auf YouTube erreichte uns folgendes Gebetsanliegen. Bitte bete dafür, dass die Anfeindungen gegen mich in dem Haus, wo ich wohne, aufhören und dass meine langjährigen Schlafstörungen und die extremen Rückenschmerzen verschwinden. Jesus, ich danke dir, dass du diese Person kennst und dass du in diesem Haus Frieden schaffst. Danke, Jesus, dass dein Frieden da hineinkommt und dass du Veränderung schenkst in dem Miteinander dort. Danke, Jesus, dass du da wirklich alles umkehrst und dass deine Liebe da wirklich ausstrahlt. Danke, Jesus. Jesus, du bist der Herr auch in diesem Haus und ich danke dir, dass du diese Person wunderbar berührst und dass sie ein Segen ist auch in diesem Haus. Und ich danke dir auch, dass diese Schlafstörungen verschwinden und auch diese extremen Rückenschmerzen. Danke, Jesus, dass du diese Last wegnimmst, dass auch diese Rückenschmerzen verschwinden, wo da so Bedrückung ist. Und ich danke dir, dass wir diese Bedrückung entmachten im Namen Jesus und dass da wieder wirklich Heilung fließt in diesem Rücken und auch in diesen Schlafstörungen. Danke, Jesus, dass du dieser Person einen wunderbaren, gesegneten Schlaf schenkst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen, wenn du Gebet brauchst. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Und eine Frau bittet um Gebet für sich und ihren Mann. Hallo, liebe Geschwister. Mein Mann braucht Gebet. Er hatte zwei Jahre Krebs. Jetzt hat er Vorhofflimmern und ich habe starke Arthrose. Danke für eure Gebete. Ja, Herr, danke, Herr, dass du wunderbar der Eingreifende bist. Herr, danke für das, was du schon getan hast. Aber, Herr, du siehst jetzt auch, Herr, das Vorhofflimmern, Herr. Danke, Herr, dass wieder ein richtiger Rhythmus, eine Normalität in dieses Herz hineinkommt. Herr, ich danke dir dafür, dass du da auch ein Wunder tust, Herr, bei diesem Mann und Herr, auch der Frau. Herr, danke, Herr, die Arthrose, Herr. Danke, Herr, da, wo medizinisch nichts mehr zu tun ist. Danke, Herr, dass du Heilung reinschenkst. Herr, dass wieder richtig alles so funktioniert, Herr, und dass es nicht wehtut. Danke, Herr. Amen. Amen. Und dieses Gebetsanliegen erreichte uns auf YouTube. Brauche Gebet für mein linkes Bein. Es ist die Sehne am Knie. Bekomme jetzt Stoßwellentherapie. Muss aber alles selbst bezahlen. Das ist bei meiner kleinen Rente eine große Belastung noch dazu. Danke euch. Ja, Herr, danke. Danke, Herr. Herr, wir stellen uns so vor, dass, wenn du heilst, dann auch wieder mehr Geld da ist. Und wir haben solche Vorstellungen, wie du es machen könntest, solltest. Herr, aber ich möchte dich bitten, schenk eine Lösung. Herr, eine Lösung, eine Berührung, eine Heilung, Herr. Ich danke dir dafür, Herr, berühre du diese Person. Und Herr, danke, Herr. Schenk ihr auch die Mittel für alles, auch für ihr ganzes Leben und lass sie so richtig Freude an dir haben. Danke, Herr. Amen. Und viele Menschen haben auch wieder Gottes Hilfe erfahren. Und hier einige Zeugnisse. Ein erstaunliches Zeugnis schreibt ein Mann, der jetzt in Bayern wohnt. Ich bin gebürtiger Österreicher und lebe seit 2003 in Bayern. 2007 hatte ich einen Schlaganfall. Der Arzt stellte meinen Tod fest. Ich lebe immer noch. Ich danke euch für euer Wort und danke Gott. Ja, und Gott hat immer das letzte Wort. Wie wunderbar. Und aus der Schweiz schreibt eine Frau. Vielen herzlichen Dank für euer Mitbeten. Es geschehen viele kleine Wunder. Mein Sohn kann wieder arbeiten. Wir werden durch Geschwister mit Lebensmitteln versorgt. Oder mal ein Auftanken von Benzin fürs Auto. Damit wir arbeiten gehen können. Oder mal mit einem Geldbetrag. Es ist so ermutigend und wunderbar, immer in Kontakt mit unserem himmlischen Vater zu sein und wegzuschauen von den Problemen. Herzlichen Dank auch für eure Ermutigungen und eure Schreiben. Gott ist ein Gott, der versorgt. Und eine Großmutter berichtet von ihrem Enkelkind. Ich habe für mein Enkelkind dreieinhalb Monate alt bei euch beten lassen. Der Kinderarzt hatte gesagt, dass das Kind nicht hören wird. Nach dem Gebet waren sie am nächsten Tag im Klinikum. Hier wurde festgestellt, dass das Hören in Ordnung ist. Es wurde nichts gefunden. Ja, Gott tut Wunder. Und als letztes noch zwei Gebetserhörungen erlebte diese Frau aus der Schweiz. Im Oktober 2020 bat ich um Gebetsunterstützung für eine Arbeitsstelle. Zum 1. März 2021 bekam ich die Arbeitsstelle. Ebenfalls füllte ich eine Gebetskarte für eine Rechtssache aus, dass ich keinen Anwalt brauche und das Geld zurückbekomme. Auch dieses Gebet wurde erhört. Ja, und Gott streitet für uns. Wie wunderbar, wenn wir alles in seine Hände legen dürfen. Ja, ist das nicht stark? Was wir gehört haben, der Arzt hat meinen Tod festgestellt und ich lebe immer noch. Das ist ja sowas von krass. Hast auch du was erlebt? Vielleicht nicht ganz so krass, aber irgendwas Wunderbares mit Gott. Lass es uns wissen. Die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Ja, setze bewusst deine Hoffnung auf den Herrn. Und ich möchte das Wort bewusst betonen heute. Setze bewusst. Das heißt, ich muss mich konzentrieren und sage, ja, ich setze meine Hoffnung auf den Herrn. Und er wird es wohl machen. Er wird es wohl machen bei dir. Glaube es. Wenn du Gebet brauchst, dann schick uns dein Anliegen. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet und auch heute am Telefon bis 13 Uhr. Ja, es ist immer noch Ferienzeit. Das Telefon ist wieder besetzt. Aber wir werden uns erst nächsten Mittwoch wiedersehen. Und wenn du uns unter der Woche sehen möchtest oder auch erinnert werden möchtest, nächsten Mittwoch, dass du es nicht verpasst, dann abonniere YouTube. Und drück die Glocke und du bekommst eine Info, wenn wir wieder online sind. Wir freuen uns, dass du heute dabei warst und verabschieden uns und wünschen dir Gottes Segen. Tschüss. Alles Gute. Der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.